ich bin hier tp mich mal jetzt willkommen zum kleinen neuen stream zusammen unter wir haben hier keine ahnung welche mods haben wir einmal diese baumot hier diese wo du ein luftschiff blau baust flanz mod waffen mod neue schwerter diese pats hier halt und ja ich muss eben kurz die mokan machen ihr müsst eben kurz im stream ob das zu laut ist warte sind denn schon leute drin oder was ich habe nicht geguckt keine ahnung ich habe nur nach ich bekomme dass du das ist gut das sollte das ist gut glaube ich konnte den stream oder sowas stattdessen ich mache mir ein bisschen leise ja jetzt ich mag kekse 222 ich bin da wahrscheinlich nicht lange ich muss nach hausaufgaben was ist ja hallo tot ich muss eben die musik hier einmal einstellen das mini tnt kann man nicht mal anmachen so ich so so ich glaube ich bin jetzt fertig obwohl hat kurz die vier ja jetzt bin ich fertig aber ich würde eigentlich für mich gerne die musik lauter machen ich habe die nicht leise gemacht hat man ja ja okay ich mag kekse schreibt noch mal auf die boden musik so ich mag was machen wir da ist das machen vielleicht ja da ist ja nichts interessantes aber ich muss schade ausmachen so sieht das ist vorbei verpackt was jetzt so ich das war das aber sieht aber so eklig aus wo ich habe ein sniper ich dachte man kann das nicht zünden das war ja krass ja das wird doch gezündet oder war das dass die idee klappt doch warte ich will granaten boah das ist ja krass gl1 also das ist ein granatenwerfer aber welche muni hat das denn ganze ganze ist einfach milzbombe ehmals bombe ich verstehe das nicht hier mache ich die musik leise und macht mir selber die musik lauter lass mich ihm hören ich verstehe das nicht Okay. Ich glaub, so ist gut. Ich glaub's, glaub ich. Dieses TNT hört sich ganz schön komisch an. Das TNT? Macht so bum 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 bum. Wie zündet man das? Er ist ja weg. Ich weiß, es zündet auch. Das ist dieses bum 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 bum. Warte, ich pack da eine Granate rein, dann macht er so bum 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 bum. Bum bum bum. Phil auch? Wie heißt der Granatenlaunch? Äh, wie nennt man das nochmal? RPG 6, äh, RPG 7. RPG 7? Ja. Wer ist noch drinne? Schreib mal in den Chat. Heflage. Was? Oha, ich hab nicht mal getroffen. Soll ich von oben jetzt rein schießen? Ja, mach. Wow. Guck, jetzt zündet sich das. Das fliegt nach unten. Gibt's nicht. Oha, es gibt bestimmt einen TNT-Mod. Warte. TNT. Ja, es gibt einen TNT-Mod. Mod 1.12.2. 1.12.2, ich muss eben kurz den Server aufstellen. Wow. Ha. Okay. Oh, weißt du was ich mache? Ich muss den Stream nochmal ausmachen. Wieso? Ja, schade Leute. Tschüss, bis gleich. Und gehtz. Vielen Dank.